Willkommen zu einer weiteren Runde Irgendwas. Heute Bad Wars. Heute spielen wir einfach Irgendwas. Du musst mir hier wieder alles erklären. Ja, wir spielen Bad Wars. Ach, Bad Wars. Ich dachte, das ist Timore 1 gegen 1. Das ist Timore 1 gegen 1. Ihr seht an meinem Hintergrund bei meinem Greenscreen. Da ist ja hier... Heute ist die Waffe präsent. Ja, wir repräsenten heute. Königlich repräsenten, Alter. Witsch, 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 witsch. Einfach nur für die Waffel. Ja, Mr. Murugam ist so süß. Der macht mir immer ganz viele Süßes. So, ich mach mal kurz hier... Du bist halt einfach süß. Ich werd grad sentimental. Ja, ich hatte auch gerade einen kurzen Tumor. Nur kurz? Ja, geht recht schnell wieder weg. Ich brauch noch Essen, Mann. Ich brauch Essen. Was sind wir für eine Farbe? Ich glaub, wir sind nicht grün. Wir sind... Wir sind... Alter, ist das laut. Ja, das ist ein bisschen... Was? Das Bett wurde... Ich war grad richtig laut bei mir. Dieses... Oh Gott. Ich will in die Mitte von der Tette. Denn da ist Eisen. Ich war grad am Bauen. Ja, da schworren wir an. Ja, komm, da kann man rüberspringen, kann man da. Das ist doch nix hier. Oh Gott. Samo. Nein, du musst Stormy in Ruhe lassen. Komm schon. Wir töten ihn. Wir töten ihn. Lass mal welches Team, welches Team noch. Lass nach Gelb. Lass nach Gelb. Okay, ja, okay, komm. Weh, 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 weh. Nimm das Eis. Wir dürfen kein Eis. Da macht keiner was. Nein, ich bin tot. Nein. Ich hab sie. Echt? Nice. Nice. Warte, Blauer ist sich total am verschanzen gerade. Ist aber gut für uns, weil dann können wir die Mitte ein bisschen dominieren. Der eine ist in Spinnnetzen gefangen von Gelb. Hab ich sehr gut gemacht. Oh nein. Oh, ich sterbe. Nein. Nein, 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 nein. Diese Missgeburt. Mr. Moore. Diese Miss. Blau, 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 blau kommt. Wie, die kommen. Blau, blau. Ist gekommen. Oh nein. Da ist sogar ein Paluten. Der echte? Das ist natürlich der erste. Der echte. Nee, der echte zieht ja gerade um. Warum zieht der um? Schon wieder, hat er schon wieder. Ich hab ihm gesagt, er soll aufpassen, was er macht. Letztes Mal hatte er schon 20 Ratten in deinem Haus. Ja, der Typ. Der ist richtiger Mäste geworden. So richtig, Alter. Oh, 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 jetzt komm. Ihn noch. Nein. Oh, so knapp. Aber ich hab das Bett von Dings zerstört. Ich bin da immer noch sehr stolz drauf. Dafür, dass es deine erste Runde ist jetzt hier. Ist doch schmackhaft, ey. Ist richtig geil, du. Jetzt haben wir nur noch ein Team, das machen wir kaputt. Obwohl, ein Gelber lebt noch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der uns nachher irgendwie... Ich glaub, der hätte noch in den Spinnnetzen oder so. Echt immer noch? Oh nein. Hä? Ne, ein Spinnnetzen ist keiner. Doch, ist er. Was ein Schwacko, der Typ ist. Den hab ich gut da reingeschubst, ne? Oh Mann, ey. Ich brauch ein Schwert. Sonst fühl ich mich so nackt. Ich bin mal kurz bei Blau. Ich glaub aber nicht ansatzweise, dass ich das schaffen werde. Ich könnte dir helfen, wenn ich gleich ein Schwert habe. Oh doch, jetzt haben sie mich gesehen. Ach, crap. Blau ist auf jeden Fall, die sind... Ich hab ein Schwert. Hier, hier. Nimm du auch hier. Ich schenk mich dir. Danke, 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 danke. Ich geh jetzt raten. Willst du mitmachen? Okay. Nein. So, jetzt mal kurz, okay. Ist okay. Noch eine Spitzhacke. Da ist Red. Okay, er macht das auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das Blut, da, bidi, bidi, da. Wir müssen mal vielleicht gucken, ob wir ein bisschen Gold zusammenfriemeln. Schönen Bogen oder so, weil wenn die einen haben... Ich glaub grad deren Eisenerz. Wir haben das nicht verdient. Mr. Wars hat Frechdachs. Willst du das mitnehmen? Ich schmeiß dir das mal hierhin. Warte, warte, ich bin grad bei uns. Ja, aber die Blauen nerven hier gerade. Ich occupy die jetzt erstmal. Oh, 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 oh. Die wenden mich. Die wenden mich. Nicht gut. Oh, 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 oh. Ich hab mich gerettet. Sollte sich gerade so an, das wird so richtig. Ich bin tot. Ich wurde ernsthaft nochmal von einem Pfeil im Arsch getroffen. Oh, ich werde getötet. Ich werde getötet. Ja, ich sag ja, mit einem Pfeil. Willst du das vorstellen? Ich und getötet werden? Das gehe gar nicht. Ich will gerne. Das ist ja bisher. Ich und getötet werden, so zwei Sachen, die eigentlich gar nicht gehen. Warte, ich hab noch eine Chest für dich, hier. Wee. Sehr, sehr geil. Ja, guck's mal. Mitdenke Freude schenke. Weil das müssen wir natürlich, das ist immer das Kritische. Blau? Blaues Tor? Ja. Ach, der Gelbe. Der eine Gelbe hat uns gerettet. Oh, wie nice. Alter. Der K. Was geht denn ab? Das ist ja nice. Deswegen liebe ich Bad Wars, Alter. Wegen so ner Scheiße. Einfach nur ein Typ, der die ganze Zeit in Spinnennetzen hängt. Da siehst du auch, wie er sich rausgebaut hat. Alter. Wie herrlich. Liebe ist. Weben wir ihn. Wee. Wee. Okay, irgendein Blauer versteckt sich auf jeden Fall auch im Haus von denen. Oh nee, der Gelb. Ach, das ist der Gelbe da hinten. Ah. Ich habe keinen MC Expert Skin. Mann, ich bin gestorben. Der blöde Blaue. Uh, ich habe ihn. Ich bin echt total scheiße irgendwie hier noch. Das ist diese Verwirrung. Die Verwirrung in meinem Kopf. Diese Map, da musst du auch nach wie vor sagen. Das ist einfach echt wunderschön, oder? Ja, habe ich selbst gebaut. Oh, ich habe ein kleines Bogenbattle hier im Stüssel. Aber das machst du locker, ne? Ja, easy, Alter. Warte, ich gehe rüber. Gehe rüber. Das ist der Letzte. Und. Da ist das Ding. Oh, ich wollte gerade Sachen anziehen, ey, so. Ein gutes GG. Ich bin für eine neue Wiederholung. Eine neue Wiederholung. Eine neue Wiederholung. Eine neue Wiederholung. Das war scheiße. Einfach kacke. Ich will noch eine Runde. Noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. Ich will noch eine Runde mit dran. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Mann. Das war mal mit dran. Wenn ihr professionelle Bedwurst-Runden sehen wollt, dann geht doch einfach auf den Kanal von Herrn Bergmann. Dankeschön, weißt du was? Deswegen springe ich runter, Alter. Fick mich. Olaf von Stormwaffeln. Aber da wäre professionell, ist er da. Ja, das ist eine andere, da muss man schon zwei Bergmann, da muss man schon zwei Bergmann. Das stimmt schon. Das stimmt schon, Alter. Das ist der Beste. Ich war auch bei ihm eine Runde dabei hier gestern, ne? Stimmt. Wir sind richtig eskaliert, Alter. Wir sind richtig eskaliert, ey. Wir haben alles geschlagen. Ja, ich habe die Folge bei dir auch mal angeguckt, weil ich mag meine Stimme zu hören. Du bist ein Spaß, ich mag es, meine Stimme zu hören. Nein, Quatsch. Ich habe mal die Kommentare, aber die waren eigentlich ganz positiv, die Leute, ne? Ja, ich liebe das. Die waren ganz positiv. Die haben dem das geliebt. Ich meine, wir haben uns selber als Könige gekürt. Da sind wir doch auch, hä? Natürlich, Alter. So. Uh, der wird jetzt selber schlimm verprügelt gerade. Ja. Richtiger Scheiß. Oh Gott, okay. Gut, der darf jetzt nicht so. Richtiger Scheiß-Scheiß. Richtiger Scheiß-Scheiß ist er. Richtiger Kack-Kack war das. Ich gehe noch kurz hier rüber. Ich habe fünf Gold. Sieben Gold habe ich. Kack-Kack. Oh nein. Schlag mich nicht runter. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Bogen. Ne? Warte. Kurz hier. Uh, uh, uh. Blau ist gone. So gut. Hast du die geholt? Ja, blau ist gone. Aber war auch nur einer. Richtiger Kack-Kack. Der kommt glaube ich gerade, der ist in der Mitte. Kann sein, dass er zu uns läuft. Er läuft zu uns, läuft zu uns, läuft zu uns. Alter! Jetzt verteidige, verteidige, schnell. Ne, nein. Da kommt Geld. Ah, ah. Mord schon Bogen. Ah, ah. Da ist noch einer. Ja, ist down. Hilfe. Panik. Nice. Nice. Wup. Nice. Nice. Will du machen das? Oh, rot ist auch nur noch einer. Da können wir jetzt ganz schnell Ruhas fliegen. Wollt man ein bisschen Eisen. Ja, ich baue mich mal rüber schnell, okay? Dann kannst du hier schön Occupy'n. Wie die Wall Street. Wir machen mal hier rüber, weil der Blau ist schon, ne? Dark. Ich baue. Baue. Baue wie ein Tiger. Bin so blau. Blau. Blau wie eine Giraffe. Und so groß. Groß, groß, groß wie ein Hirsch, so groß. So. Ich brauche noch zwei Gold, dann habe ich nämlich, pass auf, ein Schwert. Ich habe Eisen für uns gemacht. Ja. Für den guten Eisenbacher. Ja. So, einmal. Ich sammel Gold. Gold. Gold wie ein Tiger. Uh, uh. Ich werde beschossen, Minion. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin gleich bei dir. Boah, ich habe es geschafft. Alter, der Typ, ey. Du bist erst mal richtig destroyed von mir. Mein, der könne mich hier treffen. Oh, ich weiß, der kann auch. Das war jetzt scheiße von dir, muss ich sagen. Hier, tut mir leid. Ich tue mein bestens immer. Man sieht mein, mein... Ich habe ihn verjagt. Einfach nur mit wilden Rum. Hast du Eisen? Er ist in der Kiste, ja. Nice, Decker. Guck mal, ich habe gesorgt für... Für vor. Da ist noch eine Brustplatte. Gelb ist da. So, ich habe bestes Equip, wo gibt... Das ist rot. Hi. Ich habe bestes Equip, wo gibt, Decker. Wo gibt's? Ich habe beste Brust, beste Schwert und Bogen. Und Bogen. So, rot weg. Ich habe auch nur eine Quesen. Hast du rot kaputt gemacht? Ja, ich mache mal ein Grün-Weapon. Ich habe eine rote Rüstung. Guck mal. Nein, ich bin nicht... Nein! Was machst du? Na, Spaß. Dein Skin, Alter, auch immer. Das ist herrlich. Oh, ich glaube, ich werde abgeschossen. Was ist das? Das, gell? Jo. Du musst aufpassen, der hat einen Bogen. Was für einen Bogen? Wird abgeschossen. Was für einen Bogen, ey? Juck mich nicht. Okay. So, ich brauche mal kurz ein bisschen... Fuck! Diese behinderten Noobs. Das ist doch ein Bogen. Hatte das. Ach man, das war jetzt echt scheiße. Ich hatte das beste Zeug und dann sterbe ich. Also, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf einen Minicraft. Oh, nee! Löscht deinen Kanal. Habe ich schon gerade. Hast du? Okay. Ging schnell, du. Bestes Schwert, wo gibt Decker? So. Nope. Okay. Bogen-Typ ist down von dem. Keiner in der Base. Ich gehe zur Base. Nee, Mr. Mo, komm mit. Ich habe keine Rüstung, aber egal. Ich komme. Nein! Oh, er hat mich. Na! Ich habe keine Rüstung, aber ich stelle mir vor. Ich werde gewinnen. Für Deutschland. Für Deutschland wirst du gewinnen. Ja, ich baue Sperma-Noob. Ah, ist es schon wieder Bow Spam oder was? Hat er noch einen oder was? Du hast du schon jetzt kurz. Ey, der Bow Spam voll. Ich glaube, das ist immer wie ein Panther ausweichen. Au, au, au. Ich sterbe. Nee, bin ich nicht für. Bin ich schlecht. Mag ich nicht. So, ich habe nochmal Eisen und alles aufgefrischt. Ja, ich habe einen tot. Nizza. So, ich habe Eisen und alles aufgefrischt in der Kiste. Im Zweifelsfall, falls du gleich sterben solltest, alles in der Kiste. Alles gut. Näh, 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 näh. Näh, 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 näh. Hallo. Hallo. So, komm, jetzt können wir doch aber rüber. Ah, guck mal, da ist doch so ein kleiner Assi. Da ist doch so ein kleiner Assi. Uh, jetzt haben wir hier. Dä, dä, dä. Dä, 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 dä. Uh, uh, er hat ein krasses Schwert gehabt. Ich renne hoch! Ich töte sie, ich töte sie, ich töte sie. Ja! Warte, wo ist der andere Typ hin? Wo ist der andere Typ hin? Der fällt gerade. Ach so. Ja, uh. Ich war voll hier. Nice. Uh, 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 uh. Zwei Runden und wir haben direkt gewonnen. Wir sind einfach die Ficker, Mann. So, Leute, das war Bad Wars mit dem Sturmwaffel. Wenn euch das gefallen hat, dann geht doch zu ihm und abonniert ihn. Und dann habt ihr mehr Sturmwaffeln als bei mir. Du musst die schönsten absagen. Und ja, sonst könnt ihr auch immer jederzeit einen Daumen nach oben geben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil das zeigt, dass ihr dem Video sehen tut. Okay, und damit verabschiede ich mich. Bis dann und danke, dass ich dabei sein durfte. Ach, bitte. Tschüss.